Moin zusammen und herzlich willkommen. Heute habe ich einen ganzen Schwung neuer Textilien für euch und es geht um den Nike Textilien fürs Frühjahr 2015 und ich finde die ziemlich gelungen. Die sehen sehr stylisch, sehr frisch und sehr modisch aus. Springen wir jetzt direkt mal rein. Bei Nike kommt man natürlich nie an den Superstars vorbei, in dem Fall Roger Federer hier. Ich persönlich finde den sehr, sehr gelungen. Den Schuh mochte ich an sich schon eh. Das ist der Zoom Vapor 9.5 Tour. Hier nochmal in der neuen Farbe und gehört auf den Namen Volt. Wenn ihr da zum Beispiel passende Shorts so haben wollt und ihr merkt, die Farbe Volt wird sich ein bisschen durchziehen, gibt es diese Shorts hier. Ich persönlich sehe da so ein bisschen sowas wie eine Hommage an die alten Textilien von Henry Eggsy zum Beispiel. Auch immer eine Short und da drunter noch so eine Kompression-Short. Ist natürlich auch ein Trend bei den Probis inzwischen. Deswegen hier ein sehr konsequenter Schritt, dass das beides in eins genäht wurde. Wer aber zum Beispiel ganz normal traditionell eine normale Short drüber und trotzdem eine Kompression-Shirt haben will, der ist hier genau aufgehoben. Das ist die Kombi aus der Nike Fly Short und der Nike Procore Compression Short. Kommen wir zu einer Reihe von neuen Oberteilen und beim ersten Hingucken habe ich mich an erinnert gefühlt an 2009 glaube ich war es. Rafael Nadal hat damit angefangen mit langen Armen zu spielen. Damals auch zuerst bei den Australian Open und sowas. Hier jetzt farblich etwas angelehnt. Wir haben drei Varianten, die seht ihr jetzt hier. Ein weiteres sehr stylisches Oberteil, vielleicht eher was fürs Training oder auch natürlich für die Freizeit. Das hier ist das Nike Contender Graphic Tee. Wie der Aufdruck schon sagt, genau das Richtige für alle Tennisverrückten eigentlich. Und wie ihr hier seht, wird es auch bei den Damen sehr farbenfroh. Diese Farbe hört auf Pink Pow und das hier gezeigte Contender Graphic Tank gibt es bei uns in zwei Farben. Einmal eben in diesem Pink Pow und dann auch in dem Volt. Ich persönlich finde sehr gut kombinierbar hiermit. Das ist Slam Printed Capri. Ebenfalls kombinierbar bzw. auch neu da für alle Frauen, die Fan davon sind, nicht ganz langärmlich zu spielen und aber trotzdem ein bisschen wärmer zu haben. Dann kann ich das hier empfehlen. Hört auf den Namen Baseline Dreiviertel Sleeve Top. Und ihr seht schon auch hier wieder die Farben. Einmal das Volt, einmal das Pink Pow, einmal in Weiß. Und zu guter Letzt, wer alles zusammen haben will, ist vielleicht hier ganz gut aufgehoben. Bei dem Schuh seht ihr, alle Farben sind kombiniert. Hört auf den Namen Nike Air Vapor Advantage. Ihr seht also, es wird farbenfroh und es wird sehr stylisch und sehr modern, sehr peppig. Alle neuen Sachen findet ihr bei uns natürlich immer im Shop. Guckt bei uns rein. Denkt auch daran, dass ihr aktuell gerade auf 15% im Sale sparen könnt. Klickt also rein. Besucht uns auf centacord.de und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschö.